Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Looping with Friends. Falls euch diese Serie gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da und ein Like natürlich, das wäre super von euch. Mit dabei sind diesmal Krapiva, Steven und Mike und diesmal spielen wir gegen die Freunde. Das war ziemlich witzig, aber seht selbst. Viel Spaß im Video. Endlich mal eine andere Map, Dankeschön. Ja, ich habe doch die Opfergabe reingemacht, die können wir jetzt 13 Mal nacheinander spielen. Äh, okay, das muss nicht zwingend sein, aber okay. Da hat man Backwater Sumpf Offerings gebracht, gerade. Ah, ne, echt jetzt? Ja! Nee, da ist keins, da ist keins. Ganz kurz, meint ihr, wir haben Ruin, weil ich habe hier nämlich ein Totem. Nee, haben wir nicht. Ja, okay, wenn es kein Ruin ist, dann ist es halt Haunted Grounds, oder? Es ist die Fäule. Okay. Es hat wie er immer den Namen von Kindern brüllt, so. Oh Gott, der hat die Palette geblockt. Der kann die Palette blocken? Oh mein Gott. Ja, der hat auch einen Perk dafür. Ja, stimmt. Komm, ich tanke dich. Komm, ich tanke dich. Wo ist denn der? Da ist er. Ist aber nicht so eine gute Fäule wie eben. Oh shit. Ja, das ist voll... Phil, du blockst mich eher. Du blockst mich! Ich habe einen Hit für dich genommen. Dankeschön. Ich habe ihn gestunt. Sehr gut. Macht ihr beiden Gents zufällig? Ja, ich mache einen Gen. Ah, ich höre was. Ich höre etwas. Ist das etwa ein Generator? Ja, moin. Aber ist das Kappi war, oder? Oder bist du das? Nee, das bin ich. Ah, okay. Das bin ich. Serena bin ich. Ah, Serena. Habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Ja, ich habe auch ihre Perks dabei. Wollt gerade fragen. Für das Volk. Oh, für das Volk. Oh Gott, er kriegt mich. Kappi warst auch hier. Die Crew ist fast bei... Na, guck mal. Fuck, 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 fuck. Phil, leuchte jetzt! Nee, ich war zu spät. Ich bin zu spät losgelaufen. Ich komme direkt an den Haken. Achtung, Phil! Fuck. Boah, das kann ich. Das kann ich nur zu gut. Wenn ich am Haken hänge, kniet der Philonese vor mir. So, ich habe auch Autodidakti übrigens dabei. Sehr gut. Nice. Ich hänge bei euch in der Nähe. Ihr beiden Süßen. Turtutoy, stimmt. Pass ich mir alles. Mike bringt die Seriosität rein. Phil den Quatsch. Ich die Geilheit. Und Krapi war es... Die Geilheit. Oh, Juni. Der guckt meine Nähe an. Die Geilheit. Du bist ja ein geiler Typ, muss man schon sagen. Du bist ja schon ein geiler Typ. Wo ist der denn? Oh, schön. Oh, perfekt. Noch rechtzeitig gesaved. Komm mal. Ich wollte Phil heilen. Nee, wir heilen dich zuerst. Aber er kommt. Mike, ist bei dir alles gut? Bei mir ist alles safe. Ich glaube, er sucht dich, oder? Ja, sieht so aus. Er läuft nach großem Haus lang. Ja, der ist hier am großen Haus. Ist gerade nach oben gegangen. Wollen wir mal an den Gen gehen, an dem wir eben waren? Yes, Sir. Wo er mich getrastert am Anfang? Yes, Sir. Oh, shit. Er hat mich. Okay, Krapiva geht schon. Er schlampigen Schlachter auch dabei. Okay. Alter, da haben wir schon mal zwei Gents gemacht. Da fühle ich mich ein bisschen wohler beim Spielen. Ja, auf jeden Fall. Ja, alles gut. Ich finde, die zwei Early Gents sind immer so wichtig, wenn man die bekommt. Stimmt, ja. Also, wenn du nicht zumindest zwei Gents innerhalb der ersten zwei, drei Minuten schaffst. Dann wird es schwer. Dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, wenn der Killer nicht komplett... ...schlecht spielt. Kommt zu euch. Ich mache einen Gen fertig. Ja, ich verwirre den Killer gerade ein bisschen. Oh, Krapiva, halb mich gerade. Sehr gut. Warte, ich habe Sprint Boost. Ach so, okay. Ich bin deshalb extra kurz langsam gelaufen. Okay. Der hat aber auch einen Sprint Boost, ne? Jo. Ja, und den hat er auch sehr gut eingesetzt. Ja, aber ich kann nicht selten. Ne. Ne. Ich weiß halt nicht, wie oft der A fünfmal kann er dashen. Stimmt ja. Fünfmal, ja. Ach, fünfmal ist doch kraftvoll. Ich weiß aber auch nicht, ob er... Genau. Hoffentlich klemmt mein A nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, ich komme gleich. Ich glaube, er ist hinter Krapiva her. Er ist an Krapiva dran, ja. Kommt er zurück? Ja, ich komme zu dir. Ja, ich bin schon da. Ja, finde ich schon einmal dran. Ja, ich komme trotzdem. Dann kann man mit All the Dark noch was machen. Sehr gut, sehr gut. Da ist ja der nette Mike. Die hat doch auch den Perk, dass jemanden direkt hochheilen kann mit einem Klick. Das habe ich dabei. Sehr gut. Das habe ich dabei. Wie heißt der denn? Für das Volk. Für das Volk. Für das Volk. Für das Volk. Genau. Für... Ah, mein Sprintbuschen. Ah, sorry. Einfach werfen. Und dann kriegt er wieder... Oh, er hat daneben geschwungen. Okay. Ich glaube, er will zum... Ich glaube, er will hier zum Haken. Ich glaube, der will mich tunneln. Irgendwie. Raffi, man bleibt einfach hier. Okay. Ich glaube, ich bin gleich Geschichte. Nee, bist du nicht. Nee, helfen wir. Komm, ich habe eine Flashlight. Jetzt krieg doch mal was hin. Dein Flashlight. Aber wobei... Er lässt mich liegen. Er lässt mich liegen. Er ist verwirrt. Er läuft... Er macht erstmal die Palette. Er läuft gegen Wände. Das ist schon mal klar. Schade. Nee, kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Okay. Ich glaube, du hast ihn ein bisschen geblendet, aber... Irritiert, aber der Haken ist schon da. Ja. Macht ruhig den Gender oben. Ja, Krapierbe heilt mich gerade mal, damit wir... Also ich hätte dann, wie gesagt, für das Volk dabei. Wir kriegen mal die Heilung auch durch. Aber ich glaube, er bleibt erstmal bei mir. Aber er kommt jetzt vielleicht hoch. Ich habe ihn ins Haus ge... Nee, er kann sich nicht entscheiden. Er spielt mit meinen Gefühlen. Okay. Komm, wir gehen ins Killer-Shack, Phil. Yes, sir. Oh, stimmt, er ist bei mir. Yes, sir. Bleib stehen. Der ist an der anderen dran. Er ist an mir. Wir haben dich... Ah, du wurdest schon wieder gehittet. Wollte doch gerade sagen. Wir haben dich erst geheilt. Ah, war das gut. Der hält uns jetzt gut auf... Mach mal den Gender. Der hält uns gut auf Trabgras. Ja, deswegen habe ich gesagt, die zwei Gents waren enorm wichtig. So können wir noch gewinnen. Hätten wir jetzt nur einen, wäre es viel zu schwer. Du musst jetzt aber auf jeden Fall aufpassen. Ich auch. Ich bin tot, wenn ich wieder rankomme. Also auf offener Fläche ist er einfach zu trickzeln. Okay, wenn er nirgends wo dagegen laufen kann. Ah, shit. Ah, kacke. Weißt du, wo Krapiva gerade ist? Ich bin mit Steven am Generator. Ja, Krapiva ist oben am Haus an dem Gen. Ist der schon weit? Weißt du das? Der müsste relativ weit sein, ja. Okay. Aber er geht da hin, glaube ich, oder? Er kommt zu uns. Er kommt zu uns an, er guckt uns an, ja. Ja, okay. So, Krapiva, kommst du zu mir? Ja, wir heilen dich da. Mike, bleib stehen. Ich bin auch da. Okay, er geht durchs Fenster. Komm mal hoch. Hinter uns ist ein Gen. Er geht auf jeden Fall zweimal durchs Fenster. Ich bin ja am Killer-Shack gerade. Und oben ist der Gen auch schon weit. Ich gehe wieder hoch zum Füllen, dass ich gegebenenfalls helfen kann. Ja. Ich meine, ich kriege eh nie im Leben einen Flashlight-Selfen, aber ich werde es so lange versuchen, dass es irgendwann mal klappt. Ich mache jetzt erstmal den Gen hier weiter, hier an dem Sehen. Ah, du loopst ihn noch, Phil. Ja, ich weiß aber nicht, ich weiß aber nicht, wie lange. Ich hau jetzt ab vom Killer-Shack. Das wird mir ein bisschen zu criminal. Er sucht immer noch am Killer-Shack. Sehr gut. Jetzt geht er dir nach. Jetzt kommt er mit Dachs. Ja, ja. Ich habe eine Palette. Fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Der kam auch aus dem Nichts, du. Ich block. Der kam auch aus dem Nichts. Lauf, lauf, lauf. Bring nix, bring nix. Ah, ich dachte, es wäre noch jemand da. Tut mir leid, Phil. Nee, du kannst nix machen. Sorry. Der kam aus dem Nichts, wirklich. Hat er gut gemacht. Hat er echt gut gemacht. Er ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht so krass. Ja, das stimmt. Was ist mit eurem Jen aus, Mike? Drei Viertel. Okay, da bleib ich erstmal hier im Schrank, weil er sucht mich hier vorne, wo Phil gestorben ist. Dann kannst du vielleicht schon mal zum Ausgang gehen. Ja, er ist halt gerade genau an mir dran. Ich muss nicht da drin bleiben. Schon wieder ein Totem, das kaputt ging. Ich mach mal hier das Dull-Totem kaputt, weil ich mir vorstellen kann, das wird nöt werden. Wurde aber kein nöt. Okay, gehe ich zum Ausgang. Direkt bei mir ist ein Ausgang. Ich bin am anderen. Krapiva hat ihn gerade am Killer-Check. Okay. Und er hat kein nöt. Er hat kein nöt und die Check-Palette ist natürlich auch nicht mehr da. Ich hoffe, Krapiva kommt da raus. Er ist gerade an der Wand hängen geblieben. Ich mach 99. Ich muss den Ausgang öffnen. Also auf 99. Ich hab auch 99 besser, ja. Ja, ich hab auch 99. Ja, Krapiva macht's gut. Hat den Killer gestunt. So, Steven, ich komm mal zu dir in die Richtung. Ja, ich bin genau am anderen Tor dran. Ja, ich komme und dann heil ich dich erstmal. Ich hab wieder gesagt Autodidakt. Ich glaub auch mal, da sehen wir uns ja perfekt. Ja, Krapiva macht's ganz stark. Und der hat ihn, glaub ich, verloren. Ja, der hat ihn verloren. Hat ihn verloren. In welche Richtung läuft der Krapiva, dass wir ihn abfahren können? Schwierig zu sagen. Ich kenn jetzt gerade erst bei dem kleinen Hügel. Aber The Blight ist jetzt immer noch in der Nähe. Ich guck mal, wo der Herzschlag ist. Ich geh in die andere Richtung ein bisschen. Ja. Ich glaub, der ist bei einem der Tore. Ja. Der ist bei mir. Bei mir ist er. Genau. Okay, da komm ich zu euch. Ja, ich seh ihn. Ich seh sie. Okay. Ist er noch hinter Krapiva her? Nee, nee. Krapiva wäre safe. Wird ausgemacht. Dann geh ich auch zum Tor. Ich komm auch. Ich bin auch gleich da. Stark, Leute. GG. Ist das denn? Alles gut. Oh mein Gott. GG. Schade, dass wir dich verloren haben. Ist nicht so schlimm. Das hat er echt gut gemacht an der Stelle. Muss ich sagen. Da hat er sich erarbeitet. Ja.